Herzlich Willkommen zum Lange Quick-Tipp. Heute möchte ich euch den Rollschlitten der Firma König und Meier aus Wertheim präsentieren. Der Rollschlitten für E-Pianos ist speziell dafür gedacht, dass man die Pianos auf der Bühne zum Beispiel hin und her rollen kann und somit auf einfache Art und Weise von A nach B transportieren kann. Das Ganze funktioniert natürlich in der Schule genauso wie bei Vereinen, bei Gesangsvereinen oder Ähnlichem. Einfach überall dort wo Piano transportiert werden muss. Der Rollschlitten ist verstellbar in einer Breite von 1 Meter bis 1,50 Meter und in der Tiefe von 30 bis 50 Zentimetern. Er kann also individuell eingestellt werden. Dabei ist hervorzuheben, dass er mit Rollen Bremsen versehen ist, so dass nichts mehr davonrollen kann. Und hervorzuheben ist, dass es nur wenige Millimeter sind zum Wohnen. Das heißt, das Spielen mit den Pedalen sind fast gleich wie ohne den Rollschlitten. Spielen mit den Pedalen sind fast gleich wie ohne den Rollschlitten. Spielen mit den Pedalen sind fast gleich wie ohne den Rollschlitten. Spielen mit den Pedalen sind fast gleich wie ohne den Rollschlitten. Spielen mit den Pedalen sind fast gleich wie ohne den Rollschlitten. Spielen mit den Pedalen sind fast gleich wie ohne den Rollschlitten. Untertitelung des ZDF, 2020